Ja, da bin ich wieder am Start. Willkommen! Eine neue Folge von Assassin's Creed Chronicles Russia, erwartet euch. Ich befinde mich ja in diesem Haus, bin da schon ein bisschen vorgedrungen und muss jetzt hier wohl da oben irgendwie hin und da die Wachen ausschalten und und und. Was ich jetzt auch versuchen werde. Wobei das nicht einfach wird, weil der Typ ja da oben so schön da hinguckt. Ich gucke jetzt gerade mal noch schnell auf die Karte. Ich weiß nicht, wer da wichtig ist. Ich glaube da oben Irgendwas ist da wichtiges. Ich versuche gerade den Punkt zu finden, aber keine Ahnung. So. Was ich gerade interessant finde. Ah, ich komme da auch. Ich mache mal nochmal die Tür auf hier. Weil. Ah, doof. Warte mal kurz. So. So, dahin. Ich glaube nicht. Ich weiß das gar nicht. So. Komme ich da hin? Ne. Ah, ich komme da gar nicht hin, ne? Shitty, shitty, bang, bang. So. Das doof ist, wie kriege ich da oben eine Dingsgranate hin? Hey, hey, hey. So. Wie kriege ich bitte eine Rauchgranate zu dem Typen da oben hin? Eieieieieiei, das ist echt wie eine harte Nuss hier, für mich, muss ich sagen. So, äh, erstmal da, erstmal da. So. Erstmal hier verheilen, verwahren, verbleiben. Verharren, so war das richtige Wörtchen dafür. Bevor ich jetzt weitermache, weil... Jetzt geht das wieder los. Ach du Nase. Was ist denn hier am besten jetzt? Klappe, 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 Hau, Hau. So, machen wir es eben so. Thema durch. Da hin. Munition voll. So. Ist das da oben jetzt eigentlich noch wichtig? Äh, warte mal. So. Genau, das hätte ich vielleicht mal vorher machen müssen. Und, wir nehmen das Ding hier mit und... Ich bin an irgendwas Wichtigen dran. Oder ist das nur das Fenster hier? Was ist denn, was ist denn da? Hallo? Ich möchte mal gern wissen, wo dieser Schatz ist. Also hier war jetzt ja nichts. Da bin ich. Es sieht aus, als wenn es das Fenster ist. Aber was wäre das für ein Sinn, wenn es das Fenster ist? Weil... Genau. Guckt euch mal das an. Da kann ich nichts weiter machen. Ich sehe auch keine Markierung, die hier sagt. Pass auf, Freundchen. Hier, ne? Tack, tack, tack. Hier liegt irgendwas. Okay. Bringt jetzt nichts. Oh. Äh, jetzt gucken wir mal hier lang. Da oben, da hinten. Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Hallo? Assassin! Raise dealer! Das ist ein bisschen. Ah! was da und so munition voll so ist das mal ganz einfach die verstauen jetzt erstmal hier alle jungs hallo komme nee das freut ich ehrlich gesagt nicht wie komme ich da oben hin ich mache das an man kann da oben hin aber wie komme ich dahin das möchte ich jetzt mal wissen wie ich da hinkommen kann um mir das teilchen zu holen ja ja ihr kriegt mich sowieso nicht ihr wisst ja gar nicht wo ich bin ach ich muss da hinten hin wegen dem strom gut zu wissen das haben wir jetzt gemacht stehen die beiden jungs da nicht so einfach ja vielleicht wäre es auch mal schlauer gewesen was mich interessiert was ist das ding hier wo vor allen dingen also jetzt mal nur ganz ehrlich da bin ich jetzt echt noch mal so angefixt von hier diese die dieses fenster ja ja das ding leuchtet da auch aber was irgendwo muss doch hier dann der schatz sein scheinbar bin ich der meinung weil nicht umsonst wird das ding angezeigt so ganz doof gerade ganzes doof gerade stelle die juwelen ja das ist das geile aus den safes so das schöne ist das ist das zeichen dafür aber ich weiß nicht wo das ding ist ich finde das ding nicht vielleicht müsste das auch hier liegen äh nee oh warte mal kurz ich der guck mal jetzt weiß ich wie ich hier hochkomme nein komm mal her genau jetzt bin ich ja mal gespannt kann ich da oben irgendwo eigentlich noch hin nee ne da gab es nix okay doch nicht nicht dass ich da irgendwas übersehen habe ach ey wie ein so ein doofes teilchen einen so in anführungsstrichen äh ja wie nennt man wie man es nennen will ne äh hier Kopfhörer machen kann so so dann einmal dann einmal hier und einmal hier so der sucht jetzt seinen Kollegen der weiß bestimmt nicht dass er noch weg ist knick knack knuck so auch der hier weg äh ich schneide ja schon vor der Kiste ich deb so schlüssel 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 schneller ich bin doch ausgewichen Mann wie das echt wie das echt ein Körer machen kann diese scheiß Stelle hier ey so Mann 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 wie diese scheiß Stelle hier echt ein soll man die da die enforcement genau zack hat sich das Thema erledigt diesmal bin ich jetzt ein bisschen hardcore hier drauf weil irgendwann will ich diese scheiß doofe Stelle jetzt auch mal schaffen ne kann ja eigentlich nicht so schwer sein so komm her komm her knick knack knuck so und dann würde ich sagen auf das gehen so und dann das dann geht doch so kann man es natürlich auch mal richtig hardcore mal durchrauchen hier wie gesagt mich ärgert das äh mich ärgert das tierisch dass das hier nicht so funktioniert wie ich gerade will so ähm jetzt wieder auf das wechseln nein komm ja klar ist das Bronze ich weiß auch nicht das ist doch gerade ein Scherz ne wie geht's wie geht's interagieren geht's nicht gut Swerdlof hat schon das 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 und seine Frau tot die 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 wenn sie nicht sprechen Wieso komme ich da oben nicht hin? Als Beispiel Danke, das wollte ich nämlich Schnell mal da oben looten Hat nicht wirklich was gebracht Außer, dass ich da noch ein Telefon habe Ich hätte auch das Telefon nehmen können Okay, gar nicht Ist nicht so wild Ich habe ihn mitgenommen So, ich darf da unten jetzt rein Und Zack Wer ist die Box? Mich interessiert nicht die Box Mich interessiert hier der Dings Jetzt geht es los Jetzt geht es echt los Das Dein hört da hin Das heißt So So, looten kann ich ja nicht Bei dem Bei dem kann ich es machen So, ich bin im Basement Ja Und ich würde sagen Hier ist es wieder in dem Gelände Ich freue mich Wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet Und ich hoffe es hat euch gefallen Ihr wisst ja wie es geht Mit Kommentar, Like und Abo Und in diesem Sinne Bis zum nächsten Mal Und bis denne Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal